So, willkommen, willkommen zur nächsten Bopieb, zum nächsten Bopieb Exzess. Hier ist, man sieht ungefähr nichts, aber da ist Farid Bang. Hier haben wir Bangboy, wie immer Instagram-Legende folgt Bangboy. Bopieb Orgie, ja heute Abend. Bopieb Orgie. Und Jan Disaster, Jan Disaster ist auch dabei. Plus einfach nur die Quotenfrau. Ist da eine Telefonnummer? Ist da eine Telefonnummer? Oder ist er einfach nicht zu erreichen? Warte, der Georg. Was macht ihr das? Scannt ihr das gerade ab? Nee, der Fokus ist schwer. Georg mit Telefonnummer. Meine Mutter ist schwer. Jing Long Hong Kong. Na, mach mal auf den, Hobi. Jetzt wollen wir die Knaller auch mal sehen. Wollen wir mal schauen, was da ist. Oh, ich sehe sofort. Graue Lunte. Graue Lunte. Das ist ein älteres Modell. Ja. Graue Lunte, glaube ich. 95. Warte, 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 warte. Erstmal will ich nochmal hinten sehen. Oh, Alter. Wie ist das Ding hier verstopft? Was ist damit denn gemacht? China-Böller-A. Hinten zugestopft. Vorne auch Graue Lunte. Aber wo schmeißt du jetzt hin? Da. Hier sitzen auch noch andere Leute auf dem Balkon. Oh, Alter. Ein bisschen Wasser, Alter. Das ist cool, ey. Übrigens, also meiner Meinung nach mit die besten A-Böller, die es in den 90ern gab. Alter. Die sind geil, oder? Aber da bleibt doch nichts von übrig. Schmeiß mal ins Licht so ein Ding. Schmeiß mal ins Licht. Boah, was? Da sind die Schnipsel. Da sind die Schnipsel. Boah, Junge. Digga. Das Video wird legendär. Es geht weiter. Ich filme immer noch. War krass. Nächste. Wo ist Jan Danger? Danger, ja. Er hätte das Feuer gemacht. Ich bin voll auf den Arsch gefallen. Das tut ein bisschen weh. Die Tasche? Der hätte sich auf den Würzern auf den Kopf gestoßen, wenn ich ihn nicht auffangen hätte. Schnipselsalat. Ein richtiger Traum.